Jetzt ist hier wieder eine Amsel vorbei geflogen und hat jetzt die Kamera falsch gehalten, aber jetzt haben wir sie ganz kurz gesehen. Ich muss nachher das Video anschauen, um zu wissen, ob ich die Kamera vor der Linse bekomme. Nein, ob ich die Amsel vor der Linse bekomme, aber jetzt vor der Linse. Die Amsel. Ich denke, wir sehen die Amsel drauf. Wir sind heute noch am 3.5.2022. Und da ist nochmal die Amsel. Jetzt haben wir sie gesehen. Und wenn der Raub ist, dann... ...gerade hinten. Jetzt sehen wir hier noch eine. Ich zeige es. Da oben ist es. Ich finde schon ein Raub. Ich danke dir. Vielen Dank.